Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar dachte ich, ich nutze die letzten Sonnenstrahlen, die so auf mich prasseln, wie ihr es gerade seht. Und mache noch schnell ein Video, denn ich und Justine haben gerade Videos geguckt. Und zwar, wie ich und er mit einer Smitzü spielen oder ihr irgendwas beibringen oder sonst was. Und wir fanden es echt witzig, wie so die Unterschiede sind zwischen Mama und Papa. Und dachten, das wäre eigentlich ein ganz cooles Video für euch. Und deswegen fangen wir direkt mal an. Zu allem seht ihr jetzt hier, wie Mama Bewerfe spielt mit Kind. Das läuft jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt kommt das Gegenteil. Haltet euch fest. Äh, sagen wir mal so, sehr sensible Mütter sollten sich jetzt vielleicht die Augen zu halten. Jetzt kommt, wie Papa mit Kind Bewerfen spielt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. also ihr wisst was ich meine jetzt sind wir dabei wie mama mit kind ja kuschelt beziehungsweise so zweisamkeit genießt und jetzt sind wir mal direkt dabei wie papa mit kind kuschelt und zweisamkeit genießt und da auch wieder uhr hinzuhalten ja wird gar nicht weg so jetzt kommen wir zu dem dritten und dem letzten und da ist es wie mama kind was beibringt ja schön zu schauen und lernen jetzt kommt wie papa dem kind was beibringt sehr speziell beziehungsweise braucht natürlich jedes kind natürlich handy und tablet sind natürlich unbedingt dabei bei den daddies und das ist unser video wir fanden es total lustig weil die unterschiede so ich bin immer so sanft mit ihrem spielen so ich wirf so die säckchen und das team so boom oder ich auch so wenn ich mit ihrem bett hier so rumtrolle oder so wir kuscheln halt immer mehr oder halt mit dem mit dem lesen ich bin dann so mit ihrem kuscheln und les ihr was vor und das team ist dann halt eher so am kuscheln ich meine kleine sind super toll aber wir fanden es einfach total witzig und auch mit dem ich lese mit ihr und er wenn ich das video gefallen hat auf jeden fall daumen hoch da falls ihr mehr solche videos haben wollt mit uns als family dann schreibt uns das in die kommentare auch einen daumen hoch da und abonnier nicht vergessen tschüss ladies und ladies und ladies und ladies und ladies und ladies bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017